Hallo, ich bin Bärbel Schneider. Ich bin Heilpraktikerin und arbeite seit 1998 in meiner eigenen Praxis. Bei den Paracelsus-Schulen bin ich als Dozentin tätig und arbeite hier sowohl im Regelunterricht für die angehenden Heilpraktiker als auch im Bereich der Sonderseminare. Heute möchte ich Ihnen mein vierteiliges Seminar zu den Schüßlersalzen vorstellen. Die Biochemie nach Dr. Schüßler, wie es korrekt heißt, oder die Schüßlersalze, wie wir es landläufig ausdrücken, sind ein wichtiger Bestandteil in unserer täglichen Arbeit in der Naturheilpraxis. Unsere stressige Lebensweise und unsere denaturierten Lebensmittel haben dafür gesorgt, dass wir sehr schnell in ein Mineraldefizit in unserem Körper kommen und daraus resultieren vielerlei Beschwerden, die wir mit Hilfe der Schüßlersalzen ganz wunderbar therapieren können. Im Rahmen dieses Seminars mache ich Sie mit der Wirkweise der einzelnen Schüßlersalze bekannt. Es gibt deren mittlerweile über 26 und erläutere Ihnen, bei welchen Beschwerden welche Schüßlersalze in welchen Dosierungen eingesetzt werden können. Dieses Seminar richtet sich vornehmlich an Therapierende wie Heilpraktiker und Physiotherapeuten, aber auch interessierte Laien, die vielleicht mit Hilfe einer Schüßlersalz-Hausapotheke die einen oder anderen Beschwerden des Alltags lindern möchten, sind uns als Studierende willkommen. Ich freue mich sehr darüber, dass die Schüßlersalze mittlerweile in der Öffentlichkeit die gebührende Beachtung finden, denn als ich 1998 meine Praxis eröffnete und versuchte, die Menschen für Schüßlersalze zu interessieren, traf ich zunächst auf kein Gehör. Aber ich habe meine Patienten weiter mit Schüßlersalzen therapiert und sie danken es mir mit guter, stabiler Gesundheit. Gerne würde ich auch mit Ihnen gemeinsam auf die Entdeckungsreise zu den Schüßlersalzen gehen. Melden Sie sich doch einfach zu einem unserer nächsten Seminare an. Ich freue mich auf Sie. Ihre Bärbel Schneider